Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir machen nicht lang rum und gehen gleich weiter Richtung Willis. So, wo haben wir ihn? Wer befindet sich? Da. 250 Meter. Ist gar nicht so weit. Das können wir zu Fuß machen. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Geh weg. Alter. Das ist doch nicht wahr. Ich sterbe jetzt gleich wieder am Anfang, oder was? Alter. Ei auf der Tiger, Alter. Heide, nein. Hier schmeckt mir lieber. So, Tigerfell. Nachladen. Da sind Dingoes, Rinder und die anderen großen Vögel. Olivers Rettung. Fange den Konvoi mit Oliver ab. Zu spät. Der Konvoi hält bei der Shrimp Farm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Der Aussichtspunkt, der wäre ja eigentlich von oben ganz gut, ne? Oh, ich dachte, da geht's runter. Oh, ich dachte, da geht's runter. Oh, ich dachte, da geht's runter. Kurz auf die Karte, wo ist das denn? Hallo? Äh, nein. Da war die Maus wieder. Hihi. Hm? Ich muss einfach nur da drüber. Kann ich auch hier lang? So, da, 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 da lang. Himm mal der Nase nach. Weg da, weg da, Rind. Hoppala. Und rein da, oder? Ihr Vorsprung ist perfekt. Wo ist Oliver? Wir warten, bis ich ihn sehe. Da kommen sie. Da ist mein Ziel. Lasst ihn in Frieden, Arschlöcher. Okay. Arlina, los! Lauf weiter! Ah, volle Konzentration. Wo sind sie denn hier? Lauf weiter! Lauf! Lauf weiter! Lauf weiter! Lauf weiter! Oh! So, das ist schön, die laufen immer den gleichen Weg. Oli, knall das Boot! Na, geh hoch! Ey, danke fürs rauszuholen. Ey, krasse Tattoos, Mann! Quatsch, nicht so viel, Alter. Ha, 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 ha! Boot! Alter, Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir entkommen! Puh! Ja, Ja! Ja! Yo, schmack auf der Rücke! Ja! Boot! Wo, 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 wo? Trucks, näher sich auf der Straße! Wo? Überall! Nähe sie ab! So, den haben wir doch! Ja, ich bin doch dran, Digga! Oh, Gott sei Dank! Hammer! Oh, gut gemacht! Scheiße, Mann! Weiß nicht, ob ich klarkomme! Ich kenn dich, Olli! Du bist stärker, als du denkst! Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist! Jawohl, Olivers Rettung haben wir geschafft! Ich hab Oliver! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch zu sein! Wie schön, dass es dir gut geht! Ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt! Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig ein! Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich! Hey, ich bin in einer Sekunde da! Es ist ja wie im Himmel! Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen! Ich muss dir auch was zeigen! Komm! Hey! Ich mache ein Kreuz für Grant! Oh, danke! Ich hatte bisher keine Zeit! Wir müssen reden! Werden wir! Nur nicht jetzt! Ich muss Riley finden! Wenn dem Jung irgendwas passiert... Okay! Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos! Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich... Mach mir Sorgen! Es verändert dich! Lisa, keine Angst! Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand! Das stimmt, ja! Das ist doch was Gutes! Wir haben hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt! Ich habe Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen! Das ist mein Weg! Ich muss ihn alleine finden! Okay! Okay! Verstehe! Du bist gestresst! Wir sehen uns später! Ich liebe dich! Jetzt geh! Bevor ich dich wieder aufhalte! Sehr gut! Ist er man da? Und schon stürzt das Spiel wieder ab! Hahaha! Sorry! Hm! Bis gleich! So, da bin ich wieder! Sorry für den Absturz mal wieder! So, wir waren gerade dabei eigentlich hier so ein... So eine Tablette zu schnabulieren! Aber... Lassen wir es gut sein! Das hat er glaube ich übersprungen jetzt! Ich weiß es nicht! Wir gehen weiter! Richtung... Nächste Mission! So... Das ist... Wo ist denn das hier? Willis, bist du's? Jason! Ich habe seinen Freund gefunden, Keith Ramsey! Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn! Er ist meistens in der Bar bei den Baracken! Wie ist sein Name? Buck! Also sein Name ist Buck! Und er ist hier für den Fuck! Ein Stück Vergangenheit! Verlasse die Höhle! Sprich mit Buck! Wir gucken auf die Karte! Wo befindet sich der gute Mann? Da hinten! In Bad Town! Hm... Machen wir eine Schnellreise! Und hoffen, dass nichts abstürzt! Ha, 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 ha! So... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie bin ich denn jetzt hier? Warum lässt er die Waffe nicht? Jetzt macht das erst. Alles klar. Ich war quasi noch im sicheren Safe... Äh, Safehouse, wollte ich schon fast sagen. Also im sicheren Bereich. Also darf ich da noch keine Waffe. So, wir gucken mal. Erst mal nachladen. Ich würde gerne da hochgehen. Und dann gucken wir uns mal diesen Außenposten an. Weil es müsste eigentlich relativ zügig gehen. Gut, hier ist... Jesus Christ, da ist wirklich der Baum im Weg. Da ist wirklich der Baum im Weg. Da ist wirklich der Baum im Weg. verdrückt. Was hältst du denn aus, Digga? Jetzt verreckt doch endlich einmal. Geht doch. Wir sind in einer halben Minute da. Haben die einen zweiten Alarm da, oder was? Ja, haben sie. Wir kommen aus Westen. Das ist noch so ein Digga... Fuck, 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 fuck. Das ist noch so ein Digga... Das Kind ist weg! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich würde nicht sagen, dass ich Stress habe. Oh, fuck, fuck, fuck. Jetzt habe ich Stress. Ja, ich habe Stress. Oh, ey. Ah, zwei Stück. Hau ab! Oh, das ist der schlechteste Part. Ich habe das nicht getan. Hey! Ich reiß dich auseinander. Ich habe keine Munition mehr. Das ist ja völlig... Ich habe keine Munition mehr. Oh, es hat geklappt. Beide erwischt. Gott sei Dank. Ja, jetzt haben wir ja schon Panik-Sorgen gemacht, gell. Mann, 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 Mann. Das wird jetzt aber echt krass. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. So. Ganz kurz wieder Sachen verkaufen. Sehr gut. Und Munition auffüllen. Was kommt denn da für ein Viech? Armes Viech, ne? Jetzt geht's los. Okay. Hm. So, jetzt gehen wir weiter Richtung... Richtung... Oh. Warte mal, ich kann nicht da runter. So. Was ist denn das Feind? Ne, das sind Freunde. Die haben sich da irgendwo verfahren. Und festgefahren. So, warte mal. Das sind auch unsere Leute. So. Okay, bist du mal da? Nehmen wir doch das Jet-Ski einfach. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir Obacht geben müssen. Irgendein Feind, der da oben drauf ist. Okay. Das werden hier bestimmt auch Haie sein oder so ein Mist. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Da ist sie leider. Da. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Revolver-Takedown? Okay. So, die haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den nehme ich auch nur mit. Den auch. Den brauche ich. Schwerer Niederschlag. In diesen NG-Schützen, aber wie kriege ich denn das hin? Erfülle die Voraussetzungen, was bräuchte denn dafür? Benötigte Kills mit Granaten. Das ist ein Schwerer Niederschlag. Okay, wenn du nicht kommst, muss ich nicht aufhören. Ich treff dich. Wer trifft dich? Ich habe mich nicht aufhören. Ich habe mich nicht aufhören. Ich muss mich nicht aufhören. Ich habe mich nicht aufhören. Ich habe mich aufhören. Ich habe mich aufhören. Das kannst du nachholen. Okay, sieht sauber aus. So. Dann gehen wir rein. Gut, na los. Ich muss die Daten finden. Wie viele Piraten sind auf dem Schiff? Ich lau' rüber zum Alarm! Den Höhlingbier! Ich lau' rüber zum Alarm! 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 Schwierigkeiten zu fahren! Mehrśli. Gratis Waffen! Gleichsteuerung. Sprinte Machen sie's! übergeben, markieren, steinwerfen, das ist klar bei Tee. Waffenrad ist auch klar. Hm. Auf der... auf der Acht. Das ist Quatsch. Warte mal. Jetzt hab ich was anderes genommen. Da. Ich seh lieber mal nach. Was hab ich jetzt gemacht? Ach so, Heilung? Keine Panik. Nein, bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Granaten werfen soll. Okay. Oh, fuck. Ich hab's nicht das Versteck des Dolches auf dem Computer. Na, bitte. Der Kompass muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Schneller, du Scheißding! Ist das ein Witz? Checkpoint erreicht. Okay, schwimmen. Okay, Jason, du musst jetzt hier raus. Ja, wir sind schon dabei. Das wird nicht lange halten. Äh, wo gehst du raus? Da, 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 gehst du weiter, da, 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 da. Komm schon, Jason. Ja. Geweck. Ja, da, 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 da. Ja, schwimm durch. Denk an die Haie. Ja, genau. Oh. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Ein Stück Vergangenheit. Haben wir abgeschlossen. So, sprich mit Buck. War doch gemacht. Ordner an den Docks. Einen weiteren Fähigkeits-Bunkt haben wir bekommen. Okay, okay, okay. Ich bin auf die Seite. Ich bin auf das Feld. Ich bin auf das Feld. Ich bin auf das Feld. Fah, klug. Ach Quatsch. Das war nix. Aber wir haben schon mal diesen Aussichtsplattform, äh, Aussichtsplattform, sag ich schon einmal, diesen Außenposten erledigt. So, zack, zack. So, dann haben wir den auch, das ist mal sehr gut. Da haben wir mal Speichelpfade. Hüllen auch nochmal unseren Munitionsvorrat auf. Können wir noch was verkaufen? Hier, sicher. Gucken wir hier. Momentan gebe ich das Geld nur für Munition aus. So, dann herstellt es noch nichts. Okay. Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten, zieh dir die Aufträge an der Auslandkarte an. Hoffentlich geht's der Familie gut. Gut. Hammer das auch. Was mich jetzt nur so wundert ist, So, haben wir einen Paradiesvogel auf. Die acht. Drei. Ach nee, acht Stück habe ich dabei. Aber wie nutze ich denn jetzt da die Granate? Mit G geht's nicht. H geht nicht. Ich weiß es nicht. So, der Funkturm. Wie weit ist der weg? Wo bin ich denn überhaupt? Achtung, ich bin hier. Ja, ziemlich weit weg. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal den Funkturm. Noch mit dazu. Aber hier steht schon mal ein Auto. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ich gleich direkt hochfahren. Ah, das geht gut. Aber jetzt müssen wir für backtes bescheuert und durchholen. Aber haben wir die nicht schon? Hm. Oh, fuck. Da meint nicht mich. Aber der wartet jetzt auf mich da unten, gell? Äh, dieser. Na, Baloo, der will. So. Und rauf da. Dann haben wir jetzt gleich das nächste Karten... den nächsten Kartenabschritt aufgedeckt. Das ist schon mal sehr gut, finde ich. Und wir sind in der Story auch ein bisschen weitergekommen. Das ist auch sehr, sehr gut. So, was ist denn noch nicht da? So, wartele. Und einmal aufdecken, bitte. Okay. 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 Sehr schön. Los, weit weg vom Bären. Und da ist unser Hirsch. Oh, sehr gut. Wir können unseren robusten Waffengott basteln. Jawohl. Was brauche ich dafür? Haihaut. Ist das dein Ernst? Wir brauchen jetzt Haihaut, um die nächste Stufe zu absolvieren. Aber, wir können schon mal drei Waffen nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Wunderbar. Oh. Was ist denn hier los? Auf der Toilette. Ja, denen ging es schon mal besser. Okay, ich speichere mal. Zack. Hat er gemacht. Und theoretisch... So, ich mach mir... Ja, ich reih mich noch mal. Falscher Knopf wollte ich natürlich. So, und wir könnten jetzt die dritte Waffe mitnehmen. Das ist so gut. Okay, dann machen wir hier noch die Mission. Habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Äh, bringen Sie das Fahrzeug samt der geladene medizinische Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Eih, das ist schon wieder die Zeit. Hä? Wo denn? Ach, geradeaus. Fuck, da lang. Oh, wie ich es liebe. Kann mir mal kurz einer helfen. Geht's gelang. So, gib Kit. Ob wir das schaffen? Oh, nee. Ich glaub's nicht. Hoppala. Zack, da hoch. Weiter hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, genau. Rückwärts. Nein, 20 Sekunden. Da ist es. 30 Sekunden. Komm, hopp, 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 hopp. Ach, geschafft. Mir hat unseren Sieg vorhergesehen. Scheiß Piraten. Ah. Wenn nur alle Fahrer so schnell wären wie du. Ach, das war reines Glück. Das war reines Glück. Alles gut. Alles easy. Erfahrungspunkte halten. So, wo bin ich denn hier eigentlich? Ich bin doch hier schon wieder irgendwo. Irgendwo. Ah, hier wäre auch schon ein Bug. Das wäre in diese Richtung. Und da steht auch schon ein Strand-Buggy für uns bereit. Das ist ja sehr, sehr geil. Das ist ja ein Schweinchen. So, der Sonne entgegen. Das ist ja sehr, sehr geil. So, der Sonne entgegen. Irgendwie krass ist das mit dem Bug, ne? Da muss ein Relikt drin sein. Ah ja, so geht das. So. 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 Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason, Jason, Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein scheiß Spiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nein, zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Erunden. Die scheiß Japsi, ja. Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt es schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über den Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao-Fucking-Gang. Das Flaggschiff des diesem, diesem berühmten chinesischen Generalgehörtes, Zheng Ni. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem scheiß Deutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Ich werde den Hufenshorn umbringen. So, und weg ist er. Nun ist er weg. Alles klar. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich speichere hier. Da, speichern. Ach so. Die Speicheroption steht während aktiver Mission nicht zur Verfügung. Dein Fortschritt wird automatisch an Checkpoints gespeichert. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Checkpoint war. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Aber wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Über eine kleine Bewertung ein Däubchen nach oben. Vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Far Cry 3. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.